So, hallo. Wir haben das Gitarrenspielen gelernt. Wir haben Kontakt mit der anscheinend der Schwester von der Katharina Bekanntschaft gemacht. Na komm, erst mal was. Das tut doch gut. Klavier spielen. Genau. Immer schön alles wegräumen. Mal was essen. Hm? Mal was. 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 Mm-hmm. 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 Okay. Genau. Und dann? Boah. Zum Referenz lesen. Was soll das dann bedeuten? Na dann? Mach das mal. Und Bier schrumpenstolz wird. Lamina. Wippetab. Referenz lesen. Hm. Debug. Hm? Uh-huh. Ah, Tarif! Ha, ha, ha. Da, 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 da. Ha, ha! Oh nay. Oh nay. Oh nay. Uh-huh. Ah, da, da. Oh nay. Ah. Oh nay. Oh. Oh, nay. Oh nay. Quosenix Pelfer Hoho Spielen oder Üben? Hier steht Spielen Spielen Sprich Spielen Und Hm? Ein Rezept aus der Liste. Ja, machen wir mal schauen. Ein Rezept aus der Liste. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. Ah, oh gee. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte gerne was über die Erfahrung sagen, aber wir waren beide nicht da. Ich möchte das Buch jetzt ein. Danke. Danke, Share. Danke. Turip? Huh. Danke. 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 Danke.